Das Handballspiel war früher einmal nur für Frauen gedacht. Die Idee war, Männer spielen Fußball, Frauen dafür Handball. Am Anfang hieß es unter anderem auch Torballspiel und wurde erst 1917 in Handball umbenannt. Es wurde damals draußen auf Fußballfeldern gespielt. Die Regeln wurden später geändert. Dadurch wurde das Spiel kämpferischer und härter. Schließlich spielten auch Männer Handball. Ab 1920 wurde das Spiel auch in Leipzig gern gespielt. In den Turnvereinen bildeten sich bald danach eigene Abteilungen für Handball. Leipzig wurde bald zu einer wichtigen Stadt für diesen Sport. Mit starken Vereinen, vielen Wettkämpfen und erfolgreichen Mannschaften. Besonders erfolgreich war die Militärsport- und Turnabteilung, kurz MTSA GULIS. Sie hatten sich 1927 im Verein für Leibesübungen im 11. Infanterieregiment Leipzig gegründet und wurden viermal in Folge sächsischer Gaumeister. Zudem holten sie zwischen 1937 bis 1939 dreimal hintereinander den Titel des Deutschen Meisters. Etwa ab 1935 spielten die Menschen Handball auch in der Halle. In Leipzig eignete sich dafür damals zuerst die Turnhalle in der Wittenberger Straße. Hier fanden ab 1937 jedes Jahr die Eutritscher Turniere statt, die bei den Zuschauerinnen und Zuschauern enorm beliebt waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Handballmannschaften aus Leipzig immer bekannter. Die Sportclubs SC DHFK und SC Leipzig waren seit den 1960er Jahren auch international sehr erfolgreich. Viele Spielerinnen und Spieler gehörten regelmäßig zu den DDR-Weltmeistern und Olympiateams. Nach dem Ende der DDR war der HC Leipzig der beste deutsche Verein im Frauenhandball. Er gründete sich 1999 und gewann mehrere Male die Deutsche Meisterschaft. Bis 2017 spielte er in der ersten Handball-Bundesliga der Frauen und in internationalen Wettkämpfen. Sportroute Leipzig-Digital Ein Projekt des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig. Sportmuseum Leipzig 2023. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Barrierefreie Umsetzung mit Unterstützung des Deutschen Zentrums für Barrierefreies Lesen. DZB Lesen. Leipzig.